So, dann haben wir die erste Mauer schon mal bald erledigt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, wir müssen die Katzen mal raussperren. Wir müssen ganz klar sehen, dass das unsere hier ist. Sonst hat das Baby nachher Probleme, wenn die nachher aus Versehen aufs Kind rauf springen. Dann müssen wir die Katzen nachts dann mal aussperren. Normalerweise lassen wir die Tür offen, dass sie halt rin können zu uns. Weil die schlafen manchmal hinter uns oder so. Ja, stimmt. Ich merke es, wenn ich irgendwelche Pfoten an mich angestoßen bekomme, weil sie im Traum denken, sie müssten jagen. Na, ich finde das nachts schön, wenn ich mich umdrehe, mich langstrecke und aus Versehener Katze in den Hintern drehe. Und erst mal verwirrt bin, weil ich gar nicht wusste, dass da eine Katze liegt. Na, die wusste dann, dass du da weg solltest. Also wie oft der Kater schon aus Versehen von mir einen Tritt in den Hintern bekommen hat, weil ich mich auf dem Bett im Schlaf umdreht habe. Ja, so ähnlich sah der aus. Das war eine gute Demonstration. So ähnlich sah der bei mir auch aus. Weil ganz ehrlich, wenn man nicht weiß, dass das ein Tier ist, ist man ja auch nicht vorsichtig beim Umdrehen. Man streckt sich halt. Und wenn man vorher mit angewinkelten Beinen lag, dann schubst man halt die Katze aus Versehen mit voller Kraft runter. So, das ist der große Parkplatz. Ich mache später hier noch eine Zufahrt an der Stelle. Und jetzt fliege ich hier erstmal durch diesen Tunnel. Nimm scharf mal als ersten Besucher das erste Auto. Obwohl, als ob das Auto fliegen, als ob das Scharf fahren könnte. Wie bei Zookeeper. Da konnte der eine mit den Fahrzeugen ja fahren. So, dann fliege ich mal. Wow. Deine bunten Wände haben geklappt, ja? Ja, irgendwie schon. Du müsstest mal ab und zu einen Pfeil oder einen Smiley oder einen Daumen hoch oder irgend so etwas lustiges mit einbauen. Erstmal muss ich hier die Empfangshalle hinmachen. Ja, Empfangsraum. Der dann direkt in die Wüste zeigt. Wenn du mich ganz so liebst, kannst du dir auf der Strecke ganz viele Herzchen noch zwischen machen. Na, ich muss erstmal wie gesagt hier den Durchbruch schaffen. Ist hier im Topf was wichtiges? Soll das noch? Oh, das ist ja so viel gekocht. Riecht komisch. Möchtest du auch noch irgendwas nischen? Du musst das ja nicht essen. Oh, ich stoße mit dem Bauch immer überall ran, ey. Vergesst manchmal wie dick ich bin. Möchtest du auch noch irgendwas nischen? Ähm, nee. Ich möchte nicht essen. So, wie man jetzt sieht, versuche ich jetzt einen Durchbruch hinzubekommen. Ähm, man sieht das nur relativ wenig. Deswegen werde ich mal kurz hier so machen. Und mal schauen, dass ich hier auch mal bald durchkomme. Irgendwann muss man ja immer durchkommen, ja. Also nicht, dass ihr euch wundert, ich esse gerade gefüllte Lebkuchenherzen. Wir haben kurz vor Weihnachten, normalerweise, das nehme ich mir seit bestimmt schon 5 oder 6 Jahren vor, gilt bei mir die Regel erst ab Dezember soweit noch schon. Am besten, wenn ich es durchhalte, erst 2 Wochen vor Weihnachten. Ich halte das nicht mehr durch. Äh, dieses Jahr ist Ausnahme. Ich hoffe nur, meine Waage nimmt mir das nicht zu übel. Aber, ich habe jetzt nicht so mega viel zu. Eigentlich müsste das... Eigentlich habe ich mich so ein bisschen unter Kontrolle wenigstens. Ich habe natürlich auch. Also ich... Also ich esse natürlich mit dem Weltmeister. Was? Auch nicht! So, ich muss erstmal hier wirklich... Boah, Mann, der Durchbruch... Ich glaube der Durchbruch dauert ja am längsten. Das Bisse. So, dann gucke ich mal. Ich mache erstmal diese hier. Oh, ich liebe es, wenn die Katze hört. Komm mal her. Ja, ich weiß, wie beim A-Team, da sagt man auch immer, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Katzi. Komm mal her. Brav. So, komme ich jetzt mal durch? Ja, hallo. Das war hartes Training, solange wir die schon haben. Dass ihr auf Hop Hop hört. Genau, wir können mal über Katzentrainings erzählen. Ja, fang du an. Ich spiele hier. Du brauchst nur jemanden, der quatscht. Ja, du musst noch mal näher kommen, weil wenn du im Schlafzimmer irgendwo stehst... Ich weiß nicht, ob das Mikrofon nicht einschaltet hat. Mann, ich renne rum, hol mir Kekse. Ich renne rum, hol mir was zu trinken. Ich renne rum, erziehe die Katze. Ich renne rum, muss ins Bad, wollte nochmal mein Gewicht prüfen, um zu gucken, ob ich mir noch zwei weitere Kekse leisten kann. Ich bin halt ein bisschen nervös zur Zeit. Ja. Katzentrainings. Erzähl du mal zuerst, was ist wichtig, wenn man eine Katze hat in puncto Erziehung? Keine Ahnung. Einfach nur füttern, ob das war's? Dass sie nicht kratzen soll. Welchen schönen Wochentag kann man heute Montag, ne? Ich glaube ja. Ja, dass er nicht kratzen soll, okay. Und wenn sie dich lieb hat, soll sie irgendwas können? Also, ich finde, das Problem ist immer, die Leute unterhalten sich darüber, wie ihre Hunde erzogen werden müssen. Ja. Was sie können müssen, was sie nicht dürfen, was sie machen dürfen. Und, äh... Also, ich meine, das ist kein Problem. Eigentlich ist es gut, dass sich die Menschen damit beschäftigen. Ich finde, ein Problem ist, dass sich die Leute oft nicht mit ihren Katzen beschäftigen, jedenfalls nicht so doll, wie sie es mit einem Hund machen würden. Nur weil es seine Meinung sind, dass Katzen, die sie haben müssen, ist Schwachsinn. Es gibt ja immer noch das Gerücht, dass Katzen schwer oder gar nicht erziehbar sind. Schwachsinn. Ähm... Schwer... Joa... Ich glaube, einem kleinen, mittelintelligenten Hund was mit beizubringen ist doch, ähm... Also, wenn der Hund euch lieb hat und der ist mittelmäßig intelligent, dann ist es auch leicht bis mittel schwer, dem was beizubringen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn du eine Katze hast mit den gleichen geistigen Voraussetzungen, dann ist das schon eine kleine Levelsteigerung und ist dann schon für Fortgeschrittene, weil... Ihr braucht einfach mehr Zeit. Äh... Bis die Katze sich euch so zugetan fühlt, dass sie euch als Mitkatze akzeptiert. Weil Katzen leben ja nicht so in klassischen Rudeln. Die sind eigentlich nicht davon abhängig, auf andere positiv zu reagieren. Denn Hunde sind von ihrem Wesen ja schon Gruppentiere und sind deswegen sozialer eingestellt. Katzen so... Also, weißt du, eine Person in meinem Leben reicht mir, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mache, was die will. Katzen sind so wie eingebildete Single-Frauen, finde ich persönlich. Und da ist es egal, ob ihr Mädchen habt oder ein Weibchen. Aber, wenn ihr ein Weibchen habt, die sind Kuschel-Liga, das ist so meine Erfahrung. Und die hören schneller, weil wenn die für gutes Benehmen kuscheln kriegen, und zwar richtig schön lange kuscheln, dann machen die eher, was ihr von ihnen wollt. Ja? Ja. Also, ich muss sagen, unsere Katzen, dadurch, dass die uns so toll mögen mit der Zeit, hören die auch schon. Gut, manchmal fragen sie, haben sie diesen Blick? Bahnhof. Aber dann wissen sie aber danach auch, wie es weitergehen soll. Also, jetzt muss ich selber mal kurz gleich essen. Katzen versuchen einem auch hin und wieder die eigene Meinung zu sagen. Das ist sehr interessant. Die Katze weiß, sie soll was nicht machen, sie hat es verstanden. Und sie meckert dich erst mal an. So zwei, drei Mal. Und erst, wenn du ihr zeigst, dass du richtig ernst meinst, dann... Oh, oh, der ist doch stärker. Fick. Also, im Moment versuche ich den Katzen wirklich beizubringen an diesen gewissen drei Orten, wo sie nicht pennen sollen. Da, wo sich das Baby viel aufhalten wird. Der Kater hat es schon oft genug probiert. Wir wachen immer mal wieder morgens auf und die Katze hat auf dem Wickeltisch gepennt. Ja, die eine sagt. Wo ich dann denke, Mist, wie wollen wir das unterbinden? Weil wir haben hier halt nur ein Kinderzimmer, Wohnzimmer, Küche und unser Schlafzimmer. Natürlich möchte ich denen die Möglichkeit geben, von A nach B zu laufen, ist ja klar, ne? Wir könnten versuchen, sie aus dem Schlafzimmer auszusperren, aber dann gibt es ja erstmal die nächsten, ich schätze mal drei Monate Radau. Vor allem, weil sie da nicht mal auf dem Balkon können. Weil die gerne bei uns sind. Und weil die auch manchmal unter dem Bett schlafen oder an unserem Fußende oder keine Ahnung. Die mögen es halt, bei uns zu sein, wenn sie darauf Lust haben. Manchmal machen sie uns morgens wach. Wenn du sagst, ey, ich hab Hunger, es wird kalt draußen, ich muss meine Speckersäben auffüllen. Dann weck ich dich auch mal halb sieben, ist mir egal.